Geht's, Dominik? Trink! Ich trink jetzt nix. So, hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, bei einem neuen Part von DayZight. Ich unterliebe... Dominik. Der Dominik trinkt natürlich während der Aufnahme, wie unprofessionell von ihm. So, wir haben... Ich hab frohe Kunde. Wir haben die urgeilen Waffen gefunden. Ich hab so ne Beißen gefunden. Äh, das ist, äh... Ja, das ist ne coole Waffe. Äh, Dominik hat meine FNV, ich hab dafür die SD-Waffe, die Beißen. Ähm, und ansonsten sind wir... Dominik hat einfach gewechselt, weil er nur ein Magazin hat und die FNV hat doch ein bisschen mehr. Ja, ja, genau. Die DM hat er wegkaut, aber die FNV macht doch scheiß viel Damage. Und, äh, hier in meinem Markar hab ich eine Markarov-SD. Und eigentlich bin ich wirklich zufrieden mit dem Gear, das ich hab. Und wenn ich draufgehe, dann zuck ich aus. So, Dominik, wo gehen wir hin? Was ist der Plan? Ja, wollen wir doch immer zu Davids Castle? Ich mein, wir eigentlich hätten... Wir wären ready. Also, ich würd sagen, wir wären rune ready. Lager, Bus, Zelt... Ey, dann führe ich den Weg, Meister. Shit, shit, shit. Ja, warte, ich schau noch grad, wo Davids Castle ist. Du kannst aber auch schauen. Ähm... Du hast den Kompass, oder? Ja, ich hab'n Kompass, aber das ist wurscht. Äh... Wo ist Davids Castle? Das ist doch da in der Nähe, oder? Nein, wir sind in Starry Zoo, wo grad hast du gesagt. Ja, da ist Davids Castle, ich hab's. Ich markier das mal. Das ist quer gegenüber. Das ist 3,6 Kilometer. Ja, danke. Mister, wollen wir unsere Mission, die wir uns schon seit Jahren, also seit Folgen vornehmen, endlich mal beenden? Wir wollen sie beenden. Wir müssen uns... Wollen wir sie beenden? Season 1 beenden. Wir müssen Season 1 beenden. Okay. Gut, äh... Dann würd ich mal sagen... Auf, auf und der Fong! Ja, na, äh... Nach dir, Meister. Nach mir? Ja, und damit ich abgeknallt werde, okay? Okay, Löbel. Wir werden das jetzt schnell, professionell und... Äh, äh, und so machen, hm? Okay? Also. Tür auf. Sektor clear. Und lauf. Wart, ähm... Kann man da durchnehmen? Shit! Da ist überall Kackzaun. Und ich hab eigentlich relativ wenig Bock, dass ich... Wart mal, da kann ich doch durch, oder? Ja! So. Gut, dann noch, Mister, Mister, Mister. Wir müssen hier raus aus Starry Zoo. Boah, hier in der Nähe ist der Sniper Hill. Sehr, sehr, sehr gefährlich. Wo bist du? Hinter dir. Ah, du. Ja, sehr gefragt, äh, dieser Ort. Wir haben, ähm, in diesem... Wir haben in den Store, wo wir gerade waren, haben wir eigentlich relativ... Dominik, geh bitte drüber. Nicht laufen, weil dann bleibt die Anzeige nur bei zwei Augen. Ähm... Bei mir bleibt es bei drei. Ja gut, das eine sehe ich fast nicht. Okay, ja jedenfalls, wie gesagt, wir haben das Equip eigentlich... Egal, 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 lauf einfach weiter. Jetzt können wir, ich weiß nicht... Dominik, bist du hinter mir? Ja. Wir haben das Equip in diesem Store gefunden. Und sind eigentlich relativ froh über die Tatsache, dass dann doch mal wer stirbt, ne? Ich mein, normalerweise sind es eh wir. Und, äh... Oder der Dominik halt, also ich nicht. Gell, Dominik, kommt dir das bekannt vor dem Sterben? Bist du eigentlich lange nicht mehr gestorben? Gell? Ja. Wenn wir jetzt kommen, wir wieder... Komm, jetzt rennen wir auf, ich... Bist du jetzt schon mal gestorben? Komm. Ja, ich bin auch. Ja, ich bin auch gestorben. Geh. Aber, aber durch, durch wem, durch wem? Ja, nicht durch mich. Nicht durch dich. Das haben wir schon gedacht. Das wäre ja... Das schaust du über das Gelände eigentlich so. Das wäre ja... Ja, ich habe mir gedacht, unten habe ich eine... Ich habe meine Kontaktlinsen verloren und wollte mich über das Geländer bücken. Und dann, als ich mich gebückt habe, habe ich mir ein bisschen zu viel gebückt. Und dann, äh, ist der Boden immer näher gekommen und dann war es zu spät. Du hast ihn küsst, bitte. Dann habe ich ihn küsst und dann war es zu spät, hm? Also es kann vorkommen... Und meine Sanitätsskills sind auch nicht so leibend. Deine Sanitätsskills waren zum Scheißen in dem Moment. Eigentlich müsstest du mich... Ey, Dominik, ich würde aber sagen, wir brutzeln mal unser Fleisch. Folgen uns gerade Zombies? Ich... Sehe sie dabei nicht. Ja, ja, sie folgen uns noch. Fuck it. Ja gut, dann laufen wir weiter. Komm, laufen wir weiter. Ja, genau darüber. Nein, komm, wir laufen links. Da ist so ein kleiner Windschutzgürtel von Bäumen. So ein ganz kleiner. Weil durchs offene Dings möchte ich eigentlich nicht laufen. Ja, ist klar. Ich bin schon so oft in DZ gestorben. Also ich spiele auf Hive-Servern und... Ja, auch du sagst, du stirbst nie. Naja, du, ich meine, ich spiele hier wesentlich vorsichtiger als auf... Weil wir haben hier eine Mission. Diese geheime Mission, wenn du eine Mission hast, dann kannst du ja nicht einfach so riskant spielen, als wenn du Unlimited Live hast. Und hier, wenn ich mit dir spiele, da geht's ja um was. Da geht's ja um die Zuschauer und da geht's um... Das ist ja ein ganz anderes Feeling, was wir verbreiten. Und ich bin viel nervöser, wenn ich das hier spiele, als wenn ich auf Hive-Servern spiele oder wenn ich auf... Oder wenn ich auf... Oh, weiß ich nicht. Oder mit meinem zweiten Account spiele. Also hier, bei den anderen Accounts ist mir wurscht, ob ich sterbe oder nicht. Äh, aber hier nicht. Hier will ich schon überleben. Mit dir. Mein treuer Kumpane. Gracias, Kollege. Kumpadre. So. Äh. Was ich vielleicht auch noch zu... Verkünden hätte. Ich werde immer wieder gefragt von anderen Leuten, wann denn die nächste DZ... Warte mal, geh mal lieber da. Wann die nächste DZ-Folge kommt. Und ich weiß nicht, aber ich glaube mittlerweile sollte es auffallen, dass jeden Freitag eine DZ-Folge kommt. Also ich weiß es ja nicht, ob es nicht schon aufgefallen ist. Aber es ist immer der Freitag. Es ist der Freitag aus dem Grund, weil ich arbeiten muss und wir uns das planen müssen. Es ist einerseits der Freitag, weil der Dominik die ganze Zeit hackelt. Wie end hier. Äh. Dann andererseits das Geld dann zu mir bringt. Und aufnehmen tun wir dann, wenn er... Weil dann... Ne. Aufnehmen tun wir dann... Also die Real-Life-Parts, die nimmt er halt irgendwann unter Tags auf, wenn er zu mir kommt oder so. Dann nehmen wir die auf schnell. Müssen wir uns halt irgendwas überlegen. Und dann am Freitag ist eigentlich alles fertig. Und am Freitag alles live. Und am Freitag laden wir das dann auch hoch. Also DZ kommt immer am Freitag. Und ja, wir sind doch froh, dass es eigentlich noch immer so eine große Nachfrage ist. Obwohl jetzt, glaube ich, wie viele Folgen? 19? Oder die wievielte Folge ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Okay. Ja, auf jeden Fall. Es sind schon ein paar Folgen, die was wir hier geleistet haben. Aber das ist ja hier... Bin ja zufrieden. Ja, ja, passt eh. Und ergeblich soll es ein Minecraft-Dateset geben. Hat mir ein Abonnent gesagt. Ein Minecraft-Dateset? Ja, weil er hat gemeint, sein Arma 2 funktioniert irgendwie nicht. Oder er kann sich installieren. Und jetzt hätte er ein Minecraft-Dateset. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. Weil Schusswaffen und Hunger gibt es. Aber du hast ich... Also ich kann es mir bei Gott nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ja, ich auch nicht. Aber Minecraft ist ja so ähnlich wie DZ. Nur, dass du in Minecraft was aufbauen kannst. Ja, also DZ ist genau wie Minecraft. Was ist, Dominik? Bauen wir hier ein Häuschen. Ja, passt. Halt es mal um. Nein. Aber... Aber... Ja, genau. Es wäre wirklich nicht dumm, wenn wir hier langsam dann mal... Ich möchte nicht zu lange hier bleiben. Und ich würde mich gerne in Tannenbäumen verstecken. Aber... Aber gut. Minecraft-Dateset klingt interessant und werden wir uns vielleicht zu Gemüte führen. Also man kann es ja mal... Man könnte es ja mal eine Folge kann man ja probieren. Und wenn es gut ankommt, dann kann man auch eine zweite machen. Angebot und Nachfrage. Na ja, schauen wir mal, was die Leute davon halten. Wir müssen es halt nur fleißig kommentieren. Ja, genau. Das war eine böse Aufforderung. Nein, natürlich. Also Kommentare, das ist ja... Ich bin immer böse. Das soll ich mittlerweile wissen. Zu mir nicht. Du bist zu mir und meinem Hinterteil immer sehr freundlich. Das kann nix sagen. Du bist so attent. Nein, also ich meine... Das ist halt so. Durch dieses Kommentieren und die Daumen hoch, dadurch kommt dein Video in die Rangliste und wird dann öfter gesehen. Das machen diese Likes. Das ist eigentlich wichtig für die Leute. Also für alle Let's Player. Da spreche ich nicht nur von mir. Aber Likes sind allgemein für Leute, für Let's Player sehr wichtig. Und wenn jetzt 1000 Leute ein Video schauen, dann sollten das Video 1000 Likes haben. Das geht aber nicht, weil es hat meistens so um die 70 Likes. Aber es kostet, also wie gesagt, das ist ein Aufruf an alle. Es wäre mir eine Freude, würde so mancher trotzdem, bevor das er nicht vergisst, einen Daumen nach oben drücken. Einfach, wie gesagt, das ist ein Klick. Also das ist ja nicht mal irgendwie jetzt schwere Arbeit. Ihr nutzt eure Maus vielleicht einmal mehr ab. Aber ich glaube, das ist zu verschmerzen. Weil, ja. So, Dominik, bist du da drin? Wo bist du hingelaufen? Ich bin der Buschmensch. Ich bin der Buschmensch. Hallo, der Buschmensch bin ich immer noch. Also bitte. Ja, dann geh in den Baum rein. Komm, wir... Hast du Holz? Leg ein Feuer. Komm, leg ein Feuer. Oh, shit. Das erste Mal muss ich ein Feuer legen. Ja, da scheißen wir ja. Also ich bin nicht umsonst da drin eigentlich, gell? Herr Dominik. Also ich bin nicht umsonst im Baum. Wo bist du denn? Im Baum, ich bin der Buschmensch. Ja, aber ich sehe dich nicht mehr, Mr. Buschmensch. Im Baum. Ein bisschen raus. Ah, da bist du. Ne, ich bin hinter dir. Stopp. Komm, mach, leg Feuer. Ja, leg Feuer. Hu, ha, ha, ha. Hu, ha, ha, ha. Hu, ha, ha. Tanz mal. Machen wir einen Regentanz. Ich bin gerade beim Feuer machen, du musstes dem Feuertanz machen. Ah, ha. Oh, no, 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 no. Oh, fuck. Hast du Morphium eigentlich? Natürlich, eins nur. Ich hab ein Feuer gemacht. Hast du? Ja, anziehen müsstest du es auch noch. Hab ich. Ich seh's nicht. Wo ist das? Herr Doiter. Wo ist das Feuer? Wo ist es? Siehst du es? Dann sage ich ja, das sieht man ja nicht. Ja, oh ja, man sieht schon, aber du hast es halt wieder mal gekickt gelegt. Jetzt schnell legen Feuer, ich will ja nicht bleiben. Der Hoffner mir rennt. Ich bin gerade dabei, hier. So, ich habe Feuer gemacht, steht schon wieder da. Ja, anzünden sollst du es auch noch? Hab ich ja eh. Nein, hast du nicht, ich mache schon. Du kleiner Kack, mach lieber, deck lieber um mich, so. Weil den Rauch sehen die Leute, sieht man. So, guck mit. So, komm, koch schneller, koch schneller Fleisch. Wie, hat jetzt alles Fleisch gekocht oder eigentlich, oh na, ich habe noch immer, wo viel Ruhe ist. Na leih, 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 na leih. Cheers. Warte mal, cheers. Ah, warte mal, kann ich? Nee, warte mal. Ah, gut, das ist blöd irgendwie. Was hast du jetzt trinken? Cola. Cola? Ein Cola, ja. Ein Cola? Yes, Sir. Ein ganzes? Mhm, ja. Kannst du dann eh noch schlafen? Ja. Ich weiß es nicht. So, warte mal, das gebe ich auch noch. Ich habe es gleich, ich habe es gleich, ich habe es gleich. Weil ich habe unviel rohes Fleisch. Ich weiß. Wir haben ja die Milka-Kuh geschlachtet. Ah ja, das war die Milka-Kuh noch. Nein, da sind wir schon längst gestorben. Aber wir haben eine andere Kuh geschlachtet. Ja, das war die zweite Milka-Kuh. Nein, geh mal. Nee, du auch? Oder hast du schon? Ich habe drei Dosen, glaube ich. Ja, aber willst du nicht ein bisschen hier braten? Ich habe keins. Du hast kein Fleisch? Nope. Ja, dann, hast du einen Platz im Rucksack? Ja. Ach, ah ja, dein Rucksack ist leer. Ich weiß. Ich gebe dir mal drei Fleisch rein. Ich weiß jetzt. So, gut, dann. Warum ist dein Rucksack? Darum, du sagst dir gar nichts. Heißt, ich habe da hier Equipe on Mars. Ich habe hier drei Wasserflaschen. Passt schon. Ich habe jetzt mal mein Fleisch gegessen. Ja, wir sterben davor, bevor wir das alles aufnutzen. Heißt, das Feuer ausmachen. Wieso hast du es nicht gleich aus? Ja, werden gedeckt. Du bist Pfadfinder. Ich bin der Bushman. Ich war Pfadfinder. So, rüber. Pfadfinder war cool. Leute, ihr wisst gar nicht, wie cool Pfadfinder damals war. Was euch da an coolen Sachen entgangen ist, wenn ihr keine wart. Also Pfadfinder war, hat mir schon viel gebracht. Also ich fand, Pfadfinder war cool. Viel gelernt. Man glaubt es kaum. Und auch Pfadfinder, jeden Tag eine Guthaten. Das ist ein Scheißdreck, weil das hat keiner von uns gemacht. Und mittlerweile ist es so, die älteren Pfadfinder, das verläuft sowieso in eine Saufgelage. Und das kommt euch billiger als fortgehend. Und coole Leute habt ihr auch. Eine Kuh. Ich dachte, da ist ein Helikopter. Okay, wir laufen querfell rein. Aber schnell, aber schnell, aber schnell. Oh, 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 oh. So, Dominik. Wollen wir nicht eine Zuschauerfrage stellen? Bitte. Die sie uns vielleicht beantwortet. Nein, ich weiß es ja nicht. Irgendeine vielleicht. Aller Million schon? Zum Beispiel. Nein, genau. Was ich noch sagen könnte. Jetzt hören wir wieder ein paar Leute zu. Immer ein paar Leute fragen. Hey, könnte ich nicht mit Dominik und mit dir mitspielen? Das ist halt immer urgeil. Also ich freue mich immer, wenn die Leute das fragen. Aber wie gesagt, wir haben eh was geplant. Genau, genau. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt können wir das offenbaren. Ich werde das noch in einem Kaiser-Video offenbaren. Aber hier ist die inoffizielle Offenbarung. Und zwar, Leute, spitzt eure Ohren, weil jeder von euch kann mitmachen. Und zwar, wir haben vor, an einem Tag. Nach Season 1. Ja, nach Season 1. Aber wurscht. Nein, irgendwann haben wir das vor. Haben wir vor. Und wir brauchen zumindest einen Teamspeak. Oder wir werden da mal was organisieren, damit wir mal mit allen reden können. Also jetzt bitte keine Teamspeak-Anfragen. Wir werden schon was auf die Beine stellen. Weil dann ist mein Post-Angebung wieder voll. Aber Teamspeak, wir werden dann... Also es läuft so ab. Schreibst du in die Kommentare? Nein, nein, eh nicht. Wir werden uns beim... Also kurz zur Erklärung. Wir werden uns beim Teamspeak treffen. Und wir werden eine Folge machen. Da werden wir auf einen Hive-Server connecten. In der EZ. Der wird vorher bekannt gegeben. Über, entweder über meinen Kanal. Oder vielleicht mache ich sogar einen Livestream. Und dann kann jeder von euch. Jeder. So viel Platz auf dem Server. Weil wir suchen den Server, wo nicht viele Leute um sind. Mitspielen. Und das werden wir live aufnehmen. Und dann werden wir, so weiß ich, wie viele Leute wir zusammenbekommen. Wäre halt geil, wenn es, keine Ahnung, 100 wären. Wenn es einen 100-Mann-Server gibt. Aber da werden 100 Leute, vielleicht wenn es geht, quer durch Czerno rennen und alles raiden. Wir werden uns an einem Punkt treffen. Der wird ausgemacht. Und ihr könnt da mitspielen. Also wir treffen uns alle auf einen Server zu einem bestimmten Punkt. Dann müssen wir alle hin. Und wir loggen uns um die Uhrzeit ein. Und dann werden wir mal, alle mal ordentlich DZ zusammenspielen. Das ist eine Idee, weil viele Leute haben gefragt. Der Kaiser versammelt seine Wurmarmee. Der Kaiser versammelt seine Armee. Ich bin auch wieder da. Und da hat er sich gedacht. Und was ich unbedingt möchte. Ich möchte, dass alle von mir salutieren. Also wir werden ein Gruppenfoto machen, wo alle im Kreise stehen. Der Kaiser in der Mitte. Und dann wird es salutiert. Und salutieren geht mit der Raute-Taste. Oder mit Äh, ich weiß es jetzt nicht. Aber man kann salutieren. Also was für eine Position habe ich eigentlich in der Wurmarmee? Du bist ein ziemlich hoher Lakai eigentlich. Ach so? Ja. Aber was für ein Lakai? Welche Stellung habe ich in der Wurmarmee? Ein, äh, der, äh, muss ich mir noch überlegen. Naja, die militärische Ränge haben wir nicht. Wir sind ja keine militärische Armee. Wir sind ja eine ganz andere. Aber wie, aber, aber, okay, was ich sagen wollte. Ne, was, was ich sagen wollte. Lass mich mal rauen. Ähm, was wir unbedingt machen wollten, ist halt, äh, dass alle mitspielen kommen. Und alle, die Gelegenheit haben, mitspielen zu können. Und, ähm, dann wollen wir ein Gruppenfoto machen. Und es, was halt nicht, was halt wirklich nicht passieren darf. Und ich schätze, ich vermute es fast, dass es passiert. Es wird so ein paar Clowns geben, die dann mit Absicht aufeinander ballern. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Weil wir wollen, äh, da was relativ friedliches miteinander haben. Wir wollen die Zeit von der anderen Seite repräsentieren. Und wollen nicht unbedingt wirklich den Krieg wieder auszetteln, dass sich jeder über den Haufen ballert. Das finde ich eigentlich ziemlich schwachsinnig. Das muss man nicht. Weil wir wollen alle miteinander spielen. Und es hat keiner was davon, wenn dann alle sterben. Es ist nur ärgerlich. Und wir können uns dann wieder was Neues ausmachen. Oder müssen das dann vielleicht ganz streichen. Aber deswegen, im Vorhinein schon mal, Leute, bitte knallt euch nicht ab. Versucht so friedlich zu bleiben. Versucht so friedlich wie möglich zu bleiben. Und weil zusammen erreichen wir, zumindest in dieser kurzen Zeit, wenn wir eine halbe Stunde spielen, erreichen wir zusammen weitaus mehr, als wenn sich jeder über den Haufen ballert. Und das wollen wir. Wir wollen den ersten richtigen Day-Set-Raid machen. Wo alle irgendwas, wo alle... Wir wollen voll fett abgehen. Also wir wollen wirklich da was Cooles auf die Beine stellen. Und da muss aber jeder zusammen helfen. Und wenn einer aus der Reihe tanzt, dann kann das die ganze Gruppe töten. Und dann, das ist nicht cool. So, das ist unser Plan, was wir machen. Ich werde das noch voröffentlichen. Wann wie wo, fragt sich die ganze Zeit bitte nach, wann das kommt. Das wird gesagt. Also keine Bange. Der Kaiser wird es ankündigen, würde ich mal sagen. Ich glaube, okay, ich werde das dann ankündigen. Damit es zu keinen Kompromissen und zu keinen Irrglauben kommt. Und ja, so. Also da vorne, 660 Meter, sind wir entfernt von Devil's Castle. Also das ist eigentlich der Point, wo wir immer schon hinwollten. Also wir haben es nie geschafft. Und ich vermute, dass wir... Wir sind so nahe dem Ziel, dass wir jetzt gleich abgeknallt werden wahrscheinlich. Aha. Devil's Castle ist, also wenn ich mal ehrlich sein darf, eine blöde Burg, wo es nichts gibt. Also ich habe in Devil's Castle, weil es da immer so heißt, da gibt es so geiles Equip, ich habe in Devil's Castle nie etwas Gutes gefunden, außer was zu trinken und was zum Essen. Warum dieser Platz so begehrt ist, weiß ich nicht. Vielleicht wegen Ihrem Namen? Ja, weil er so böses Schloss ist. Wo bist du? Ein bisschen weiter hinter dir. Du bist ein bisschen sportlicher als ich. Nein, das auf jeden Fall, ja. Nein, und ja, also warum Devil's Castle wirklich so berühmt, berüchtigt und gefürchtet ist, das wissen wir eigentlich nicht. Aber ja, wir sind halt mal gleich da. Und für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wobei ich glaube, es hat schon mal jeder von euch gesehen. Also deswegen begehen wir uns da hin. Und Dominik, schau immer auf die grünen Flächen, weil da kein Helicrash sein. Und da kann es dann, dann leibernde Sachen geben, ne? Ich wäre einmal für einen Helikopter, ich würde so gerne einen Helikopter fliegen. Ja, aber nur kurz, weil dann stürzen wir wahrscheinlich ab. Ja, aber es wäre doch ein schöner Tod. Es wäre ein kurzer. Oder springst du ab vom Helikopter runter? Äh, dieser Para-Dings, wenn du raushüpfst, dann zündest du so einen Fallschirm, wenn du hoch genug bist. Ach so? Ja, aber einmal habe ich gehört, das ist nur Deko, aber ich habe Videos gesehen, wo es wirklich funktioniert. Ja, wenn du raushüpfst, es muss aber hoch genug sein. Gibt es im Helikopter, oder? Im Helikopter, ja. Also es genügt nicht 10 Meter über dem Boden, sondern es muss wirklich, glaube ich, schon 1.000 oder so sein. Wenn du dann raushüpfst, dann zieht er automatisch einen Fallschirm. Aber um das jetzt, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das wäre ja alles Interessante, dass wir hier, hm? Ja, schon, aber wenn wir es riskieren und dann sind wir beide tot, dann schauen wir erst recht, wie der Deppet. Ja, aber die Leute hätten was zu lachen. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt der Matsch. Da vorne ist David's Castle, ist das? Okay, Dominik, 21 Minuten. Sollen wir einen Cliffhanger machen? Okay, Leute, so böse wir jetzt auch sind. Wir sind in David's Castle, da vorne ist es schon, hm? Und wenn wir jetzt alles nochmal genauer inspizieren wollen, dann braucht es natürlich seine Zeit dahin, hm? Oder Dominik, rennen wir doch schnell hin? Rennen wir hin und schauen wir uns an. Ah, wir sind aber auch zu gut zum Volk, oder? Diesmal schon, ja. Also, das ist ja wirklich, also gut, dann ist das halt, ne gut, toll ist es ja sowieso nicht. Aber pass auf, da oben bei den Zinnen können Scharfschützer sein. Das ist nämlich wirklich der, oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob ich da was gesehen habe. Ich weiß es wirklich nicht. Weil da oben hast du eine gute Sicht auf alles. Wo bist du hingelaufen? Ich bin im Busch. Keine Sorge. Okay, Dominik, reid mal einfach, lauf einfach rein. Warte, ich will nur mit dem Fernklass schauen. Scheiß drauf, wir müssen rein, Dominik, geh mal rein. Ja, warte, warte. Volle Pulle, nein, volle Pulle durch den Vordergang und dann rein ins Haus. Ja, warte, ich, mein Charakter lauft, was nicht richtig. Okay, Dominik, wo bist du? Da. Wo? Da. Wo? Wo bist du schon vollgekaufen? Nein! Hier stehe ich. Hey, du stehst natürlich vorm Devil's Castle. Sehr gescheit. Komm, renn rein. Renn rein, renn, 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 renn. Wenn der Sniper ist, sie mein Arsch. Oh, da sind ja auch Zombies, habe ich ganz vergessen. Devil's Castle in Zombies. Aber wurscht. Die werden schon nicht nachkommen, wir sind ja sportliche junge Läufer, ne? So, und da vorne gibt es jetzt eine... Oh, da liegt ein tschechisch Backpack. Aber noch nicht aufnehmen. Wir schauen als erster... Das ist Davis Castle? Das ist Davis Castle. Ja, siehst du, siehst du. Sieht scheiße aus. Urbehindert ist es da, gell? So, Leute, wir sind jetzt in Davis Castle. So, wir gehen... Mieser Innenarchitekt. Mieser Innenarchitekt. Oh, da vorne ist ein Zombie. Ah, gut. Stopp, Dominik. Und da wird es gefährlich. Siehst du die Leitern? Die Treppen? Da kann es sich ziemlich leicht aufhauen. Oder ist es da? Oh, ich weiß es gar nicht. Ja, pass... Ja, ich glaube, das ist da. Pass auf, dass du nicht hinfliegst, okay? Dass du nicht runterfliegst. Okay. Da oben ist jetzt vor allem ganz arsch gefährlich. Pass auf. Da gibt es kein Geländer, wie du unschwer erkennen kannst. Ja. Das heißt, pass bitte auf, wenn du da runterfliegst, bist du tot. Und pass wirklich auf, äh, geh du vor. Oder irgendeiner muss halt vorgehen, weil wenn da wer ist, ich möchte nicht doppelstern. Ja. Wir sind jetzt die King of the Hill. Jetzt. Jetzt gilt's, Leute. Jetzt sind wir da. Da wollten wir immer hin. Können Sie sich erinnern, wie viel wir davon gesprochen haben? Sind wir da? Jetzt müssen wir uns dann... Warte. Bist du runtergefallen? Nein, aber knapp. Er hat auf einmal... Er hat auf einmal... Also. Das ist das tolle Devil's Castle. Eine Kackburg, wo es nix gibt. Warte mal. Ist das mal Kaufmunition? Nein, nicht 19. Okay. Ja, bist du um? Fast. So, der Le. Dann gehen wir mal hinauf. Niemand da. Gut, dann geh kurz rauf, dann siehst du mal den tollen Ausblick von da um. Der Ausblick ist super. Der Ausblick ist schön, gell? Der Ausblick ist halt live. Und deswegen wird ich gern gesnipert, weil du siehst halt wirklich alles. Stehen würde ich ihn nicht. Ja gut, Leute. Das ist Devil's Castle. So. Und jetzt... Ich glaub, damit ist Season 1 beendet, oder? Nein, Season 1 ist nicht beendet. Warte mal. Steh ab. Hör ab, fort kurz. Nein, Season 1 ist nicht beendet. Äh, nämlich, wir suchen uns jetzt ein anderes Ziel einfach. Ja, aber... Jetzt haben wir zumindest mal ein, 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 ein historisches Gebäude gefunden. Was uns... Ich würde es als Season 1 bezeichnen, weil damit haben wir unser erstes Ziel erreicht. Jetzt kommt Season 2. Mal schauen, mal schauen, wie... Schauen wir mal. So, Dominik kommt noch runter, geht in die zweite Ebene. Und ich würde sagen, wir loggen hier auch aus. In der zweiten Ebene. So, Leute. Wenn's euch gefallen hat, macht's einen Daumen hoch. Würde mich freuen. Ansonsten, Dominik und ich verabschieden sich. Vielleicht, vielleicht ist es Season 1 zu Ende. Mal schauen, gibt's irgendwelche besonderen Wünsche, Anregungen, die wir in der Zeit machen wollen. Ja, Helikopter und so hätten wir gerne, nur wir finden halt keine. Das ist nicht das... Also, es liegt nicht an uns. So. Jetzt, Dominik, salutieren bitte. Natürlich. Ah ja, warte, okay, mit Raute, mit Raute. Okay, Dominik, also... Leute, salutieren flossen hoch. Auf drei, Leute. Also, wenn sich mal darüber freuen, wir sehen sich dann. Wenn's wünschen, Anregungen gibt, bitte an uns, wir sehen sich. Drei, zwei, eins. Ciao! Fuck! Steh jetzt nicht auf! Steh nicht auf! Du hast kein Pimpel!